An die Leute, die mich beleidigen, was habt ihr für einen Problem kommentiert mal bitte. RF ich bin traurig, jeder hasst mich, wieso ich traurig bin und warum mich jeder hassen tut, werde ich euch in diesem Video erzählen, eigentlich wollte ich das Video schon ganz früher veröffentlichen, so fangen wir mal an. Mich kennt so gut wie jeder, es gibt einige Leute die meine Videos lieben, und andere Leute die wiederum meine Videos nicht lieben, es gibt viele Beleidigungen gegen mich, nur weil ich etwas bekannter bin und Leuten eine Freude spende mit Geld, ich jage keine unschuldige Leute im Spiel, sondern die wo mich öffentlich beleidigen, oder unter meinen Videos mich beleidigen, an die Leute die mich beleidigen, was habt ihr für einen Problem kommentiert mal bitte. Deswegen musste ich viele dieser Leute blockieren, aus meinem Kanal wegen Beleidigungen an mich, ich hab keine Lust mehr um mich darüber zu kümmern, wie Leute über mich denken oder auch mich beleidigen, ich ignoriere das, weil für sowas meine Zeit zu verschwenden ist schade. Ich habe immer noch Motivation Videos zu machen, trotz was alles passiert ist. Es hat mich noch viel mehr gestärkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Vielen Dank, euer Asuna Mutz.